Und dann ist das wieder ruhig. Das müsste ich mir echt mal wieder essen wollen. Ja stimmt, dann ist wieder was los. Da habe ich ja gar noch der Hau. Muss das ja hier drüber sein. Ich dachte das wäre hier. Ups, ich habe mich gerade erschrocken weil der Kies runter kam. Das ist doch... ahhh. Aha, da ist sie ja. So. Was? Was? Warte da was? Ich wollte wissen ob du im Vanished bist, deswegen habe ich es probiert. Finde ich doch gar nicht. Aber die weiß man nicht. Ich dachte ich sollte bei dir im Vanished schreien oder was? Wer weiß was du machst. Also ich habe dir Schweine nicht weigelassen. Wenn du besoffen bist, nervst du einfach nur. Ich weiß. Da hat man das verlangen eigentlich... Achso Orange hat sich über diesen Zustand gefreut. Also der war sehr erfreut dadurch. Ich habe einmal richtig begeistert. Auf jeden Fall. Der hatte sich bestimmt gewünscht, dass man 21 Jahre in die Vergangenheit reist. Und seiner Mutter kräftig in den Bauch tritt. Alles klar. Ja. Hm. Was anderes wollte er nie. Hm. Hat er mir leider nie bekommen. Alles klar. Immer? So jetzt solltest du eigentlich raufkommen. Jaaa. Super toll. Und schaffst du eine Tüle in seinem Haus? Hm. Und die Lässe auch dort. Hast du dann noch was ganz anderes in seinem Haus? Was? Dennis? Hm? Kannst du dich mal bitte ganz kurz drum kümmern? Wo ist die Uhr? Wo ist die Uhr? Wo ist die Uhr? Tu dir mal bitte kurz aus meinem Haus raus. Ich weiß. Ich mach gar nicht. Ich bin gar nicht in deinem Haus. Okay. Ich bin nicht in deinem Haus. Okay. Danke. Na jetzt bist du nicht mehr in seinem Haus. Hast du recht. Okay. Gut. mal eben neues neues Bier noch warum bist du überhaupt so heiß auf meiner Uhr gar nicht heiß auf deiner Uhr ich bin noch ein bisschen am verschönern bei deinem Haus hier und da, bitte was ja ich hab so Bock die ganze Zeit Babysitter für den Schulspiel sorry, ich bin in einer Mine ja natürlich mach ich nix an deinem Hause bitte sonst denkst du, ich find mir nur schnell neues Bier, dann kann man weitermachen ja es gibt Leute, die behindert sind, die nicht so anstrengend sind wie der also bis gleich, liebe Leute also ich weiß ja nicht weil halt man hat doch ... äh sabber nicht Spaß, den ich reden können hm ja und die so eine geht mir richtig auf den Sack, weil die nix sagt ha so scheiße, dass die nichts sagt, ne ja manche sind leider nicht so rätselig ich weiß was du meinst digga wo hab ich meine verkackte schweiß in der truhe ja in welcher die direkt dort neben steht da steht jetzt mal keine truhe neben oder komm oh skilett bringt doch den scheiß creeper um du willst die schallplatte ich dachte das macht meine skilett ich mach das aber nicht dann brauchst du ja immer noch ne jukebox ja gut ich kann die diamanten sponsern wobei enchantment table nutzt sich ja so an sich nicht ab ne digga ich hab einfach momentan so ne scheiß bitch neben meinem gelände jetzt muss die erst mal töten ohne scheiß bitch uch leute die aufnahme läuft ja schon ich hab gar nicht gemerkt ich hab mir noch eben schnell mein bier geholt nein du hast ja gar nicht gemerkt ohne das geht ja nein war auch gar nicht geplant weil ich über dich gelästert hab oder so nein nein werd ich ja später dann in der aufnahme merken wenn ich mir die wieder anschaue auf jeden fall schau sie dir lieber nicht an auf jeden fall nehm ich natürlich alles mit auf ja ah cool ich bin jetzt hier in der hülle da könnt ihr euch auf jeden fall sicher sein dass ich alles aufnehme weil da stehen schon fackeln und es kommt natürlich auch online dann also dann ist es nicht so wie in einer hülle mal holz siehst da ist äh irgendwie da war ich boah interessiert mich herzlich wenig und da gehst ja nicht so aufminen ab und ich höre auch ne Hexe boah ja die Viecher sind so nervig ja die Witsch die Witsch die Witsch die Witsch die Witsch die Witsch auch von einer Skala von 1 bis Max ist die eindeutig Max alles klar ist doch so hast du das natürlich sehr nett von Reichen hast du dir Max besoffen kann ich überhaupt nicht beklagen hier nein Skala von Max bis Max besoffen hm ich glaub sie ist Max besoffen maximal besoffen Max Max besoffen oder wie ja das ungefähr den Zustand den Max heute noch erreichen will ja den ich vielleicht schon erreicht habe weiß ich noch nicht das wär peinlich so ähm ähm ach ja genau ähm ach ja stimmt ich ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß äh Dings Dingsbums 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 ich brauch ne Spitzhacket das wollte ich die ganze Zeit sagen Dingsbums bei und scharfe de Zeitung. Ah, hab ich gerade keine Lust drauf. Dazu musste ich gerade wieder aufs Klo. Warte mal. So, ich wollte natürlich mal wieder ein bisschen Essen aus der Kiste holen. Ah ja, stimmt, ich wollte ja auch noch Brot machen und so. Hab ich ja noch alles. Hauptsache ich weiß genau, wo ich herkomme. Mach super toll natürlich. Wissen wir doch alle. Nein, ich meinte hier aus der Höhle. Ja, sobald du dich uns näherst, ist alles ausgeleuchtet, das wissen wir. Nein. Hier in der Höhle? Muss man natürlich... Komm, ich mach jetzt echt mal ne Extrakiste nur für... für Dings, für Steine. Weil das wirklich schwimmt. Fällt hier auch mal früh rein. Okay. Aber ich hab kein Holz mehr. Ich brauch noch ein bisschen Holz. Ist draußen nach... Genau, perfekter Zeitpunkt ist es nach draußen. Natürlich. Das kann ich mal definitiv... Kann ich mal definitiv vergessen hier. Wird aber so langsam wieder tag. Aber sowas von... Kann ich sowas von vergessen hier. Wird wieder tag. Ich brauch... Okay, ähm... Ich brauch was ich brauch. Was brauch ich denn? Hab ich denn? Ja, das hab ich. Jawoll, das hab ich. Ähm... So... Fünf... Gut, okay. Auf Höhe 4 schon Grundgestein? Teilweise ja. Okay. So... Mal gucken, dass ich hier auch Diamanten finde. Nicht so weh... Vor... äh... Letzte Woche. Ich grab da was, um ein Zombie zu suchen. Und du guckst da hinterher nach. Und grebst da genau einen Block ab. Und dann sind da Diamanten. Das ist... So... Das ist... Das hab ich mal genug... Von dem Scheiß hier. Genau. Genau. Ich sag jetzt einfach mal, ich hab hier genug von dem Scheiß... Das ist nicht... Nicht persönlich gemeint, Leute. Ich hab... Damit mein ich natürlich nicht, dass ich von euch genug habe oder so. Sondern... Aber auch das. Aber auch das. Aber auch das. Ne, ne. Ich... Doch, doch. Von dem was ich hier craften will, hab ich... Hab ich definitiv genug. Nein. Aber sowas von. Ja. Komm schon. Von Kürbissen braucht man ja eigentlich nicht viele, ne? Ne. Braucht man vielleicht für einen Eisengolem, wenn man so unnütz sein möchte. Eisengolem braucht man nur, wenn man keine Stadt hat. Ähm... Ja. Also du. Du könntest gut einen verwenden. Oder das? Ja. Du könntest dort einen gut verwenden. Auf deinem Feld. Äh... Ja. Wär eigentlich richtig geil. Wie mach ich das denn? Warte. 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 Scheiße. Komm schon. Was? Mein Inventor ist voll. Okay. Dann die zwei Seeds. Die brauch ich nicht. Okay. Das ist ein Fail definitiv. Komm schon. Ach komm. Komm. Jawoll. Komm schon. Das ist gut.